Das bin ich, Teresa aus Bamberg. Ich baue mir gerade meine eigene Nachrichtenwelt. Mit Politik, Sport, dem Weltgeschehen und natürlich allen Meldungen aus Franken. Aber manchmal auch aus Augsburg, denn da wohnt mein Freund. Und seit neuestem interessiere ich mich auch noch für moderne Kunst. Mit der BR24 App stellen Sie Nachrichten individuell zusammen und erfahren, was Ihnen wichtig ist. BR24 – Nachrichten aus meiner Welt.